Zur Frage des Monats. Das Feld gewinnt immer, ist meine Aussage. Und zu der stehe ich auch. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, das Feld ist die Grundlage und die Realität ist die Blaupause davon. Aber zur Frage, wenn das Feld immer gewinnt, wie grenze ich mich dann gegen große globale und systemische Felder ab und werde nicht zum Spielball von diesen. Zurück zu meiner Aussage und der Verfeinerung. Wenn das Feld die Grundlage ist und die Realität die Blaupause ist und ich die Verantwortung für das Feld übernehme. Das heißt, wenn ich meine Feldstruktur so weit kläre, durchdringe, erkenne, Stärke usw., also in die Integrität führe, dann ist mein Feld so stark, dass die externen Felder keine Rolle mehr spielen. Das ist relativ einfach. Wenn ich natürlich innerlich ein schwaches Feld habe, ein unsicheres Feld, ein ungeklärtes, ein unbetrachtetes, ein unreflektiertes Feld habe, dann wird dieses Feld sich zusammensetzen aus der Mischung der externen und der eigenen Felder. Und dann bin ich natürlich ganz leicht spielbar von dessen. Also am Ende kommen wir wieder zurück zur ganz einfachen Tätigkeit, zur ganz einfachen Erkenntnis des Lebens. Nämlich, wenn du dich selber erkennst, also dein eigenes Feld, deinen eigenen Willen, wo bist du, wo bist du zu Hause, wer bist du, bist du auf deinem Weg, bist du in deiner Anbindung, dann klärt sich automatisch dein Feld und mit der Klärung wird dein Feld stärker, dein Leuchten wird wieder stärker, so wie ja bei ungeborenen und frischen Babys ja das Feld noch sehr stark ist, sie leuchten noch sehr stark, was später nachlässt. Dann werden wir das wieder zurückholen, dieses Leuchten zurückholen. Und in uns, auf unserem Weg und in unserer Anbindung, also diese drei Punkte, zu Hause sind, ist unser Feld automatisch so stark, dass es dann nur noch eine Frage ist, für welche Erfahrung ich mich entscheide, bewusst oder unbewusst. Und natürlich kann ich nicht nur in meinem Feld verharren, weil dann lerne ich nicht, also muss ich mein Feld, meinen Raum verlassen, um mich mit externen Themen zu beschäftigen und diese auch zu durchdringen und von ihnen primär durchdrungen zu werden, um sie zu erkennen. Und dadurch entsteht ein Lerneffekt und dann kann ich wieder in mein Feld zurückkehren. Das geht aber natürlich viel besser, wenn das eigene Feld stark und klar ist, dann ist dieses Zurückkommen ins eigene sehr leicht. Also insofern, ja, es gibt natürlich große systemische und globale Felder, aber wir bleiben mal bei der Eigenverantwortung. Wenn wir unser eigenes Feld stärken und klären und kraftvoll machen, dann sind wir in der Lage, auch mit den großen Feldern, ob Religion, ob Schule, ob Gesellschaft, ob Staat, ob Welt, was auch immer, klar zu kommen und nicht hin und her zu schwanken. Also nicht diese permanente Labilität, hoch, heute ist Vollmond oder hoch, der Nachbar hat einen schlechten Gedanken oder hoch, der auf der Gegenseite hat eine Kiffe, hat Marihuana geraucht und ich kann nicht mehr, ich bin völlig zerstört. Das hört alles auf. Das ist ja auch die Folge der Instabilität des Feldes. Das heißt, die Hochsensiblen sind eigentlich eher Menschen, die zwar diese Sensibilität haben, aber die eigene Feldstruktur noch nicht so weit geklärt haben, dass sie mit dieser Sensibilität auch in dieser Welt ganz normal klarkommen. Und deswegen bleibt es wieder bei der primären Aufgabe, eigenes Feld durchdringen, klären und dazu gehören drei Aspekte. Das Ich bin Ich, also ich muss in meiner Identität sein. Das Zweite ist, ich muss auf meinem Weg sein und das Dritte ist, ich sollte mit meiner Angebundenheit verbunden sein und nicht irgendwelchen anderen Angebundenheiten anderer Menschen. Und da liegt, glaube ich, mit das größte Problem. Aber gut, dafür haben wir innerweise daran zu arbeiten. Gut.